Hallöchen, Püppöchen und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Hallöchen, Püppöchen. Jetzt suchst du immer eine andere Anrede und Abrede oder wie das heißt zu machen, weil ich was gesagt habe, ne? An- und Abmoderation, ja, weil du was gesagt hast und jetzt gucke ich, wie du mich manchmal begrüßt und das cover ich jetzt ab. Herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Wir sind mit Jasmin wieder unterwegs, wollen ihre Quest machen. Cool. Hier kann man sogar in die Gullis gehen. Wir müssen aber erstmal da hinkommen und Jasmin aus der Kanalisation befreien, wo sie bereits von Ninja Turtles verprügelt wird und von einer Ratte beschimpft. Was ist da hinten? Oh. Was war hinten? Ach, das ist der, 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 der bringt uns. Hier, guck mal, rechts hier. Ach, hier bist du. Ja, hier ist der, da kannst du runtergehen. Ach, du hast ne Quest im Burgerschuppen? Ja, da seid die gezogen. Jetzt komm mal hier. Geht das an jeden, konntest du den mit E öffnen? Ja. Geht das an jeden Gulli? Kann er wieder mit E schließen. Kommt man hier hin? Meinst du, hier sind viele Zombies? Also ich weiß nicht, ist der jetzt bei dir gewesen? Also der Überraschungseffekt, der ist auf jeden Fall dahin. So, äh, ja. Hält sich... Was ist mit dem los? Wir sind alle zu doof, hier aus ihrem, äh, Überraschungsversteck zu kommen. Hm. Fassen Sie sich dem an, der da reinkommt. Äh, komm mal mit runter. Bitte. Ich will meine Fisse und schon wieder die Quest an. Da unter geht's weiter. Wo bist du denn? Ja, ich bin nur einmal durchgegangen. Ja. Du musst nur dem Weg folgen. Ja. Bäh, ach, die liegt da so. Äh. So, den Rest musst du mitnehmen, krieg ich nicht mit. Das ist wahnsinnig viel. Da ist noch ein Knochen im Weg. Bäh, Gott. Ey, der kann viel ab, ne? Ist der bei dir auch im Boden verschwunden? Ja. Voll geil. Bäh, hinter uns. Die wollten mir einen High-Five geben, weil ich hab die zu spät gesehen. Der ist doch noch hinter uns, oder? Ja. Oder über uns. Ich wollt grad meinen Schlagstock nachladen. Oh, der ist orange. Ach, da. Hier, guck mal, guck mal. Äh, da oben. Kommt die raus. Ja, hier kannst du hochgucken. Ja, hier kannst du hochgehen. Ah. Sie kann hier runtergehen. Cool. Was es nicht alles gibt. Oh, hier ist, äh, Sackkasse. Da, da wäre was hinter. Da wäre was hinter. Cool. Guck mal, wo wir rausgekommen sind. Ist dir dieses Loch schon mal aufgefallen? Nee, das sieht man auch gar nicht. Ich hab... Mir ist das auch noch nie aufgefallen. Nee, noch nie. Geheime Katakomben, Jasmin. Hä, kann ich mein Fahrrad jetzt einstecken? Nee, aber ich kann das auch nur reinpacken. Äh, ja. Ach, ja. Oh. Hab ich ganz vergessen. Äh, bruchte ich auch. Das ist auch mega selten eigentlich, Säure. So, mein Fahrrad muss erst mal hierbleiben. Jo. Also nur mal hier im Burgershop, ja? Ja. Äh, wie wollen wir das, wie wollen wir das machen? Leise und lautlos? Es wird doch sowieso wieder nix. Wenn jetzt mal die grünen kommen. Hab trübes Wasser. Bäh. Okay, er hat mir voll eine gegeben. Er hat mir richtig eingesammelt. Hier ist auch gleich irgendwo feiner. Äh, der kommt von oben runter, ne? Hier stimmt, hier war ja überall zu... Äh, grün. Oh, nee, das ist grün. Toll. Das war's dann mit Leise. Ja, ja. Wir müssen genauso lautlos weiter vorgehen. Weil wir, weil wir, äh, Sondereinsatzkommando sind. Hm. Okay, Jasmin, ich hör was. Äh? Jasmin, ich hab was gesehen. Der ist mir voll zu Füßen gefallen. Hast du gesehen? Ja, er liegt dir zu Füßen. Er lag, er lag mit, er. Es regnet dicke Männer. Äh. Wir müssen ja eh das Gebiet säubern, also sowieso alles killen, ne? Alles killen, ja. Äh, kleinen Moment. Mittagspause. Das ist gewerkschaftlich vereinbart. Sonst kriege ich Ärger. Ist tariflich festgelegt, dass ich jetzt essen muss. So. Äh. Hier ist ein Papagei. Kannst du dir ein Papagei machen? Danke. Da kommt noch einer. Ja, den hab ich gemacht. Achso, oh, das ist... Das ist ja gar kein Problem. Da liegt der Kopf im Helm. Ja, die einen nehmen den Hut ab, ne? Und die anderen den Kopf ab. Hier hinter ist noch einer. Okay, und... Ja, ich hab ihn noch eben gesehen. Gefunden. Otto. Oh. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Hinter mir, vor mir, neben mir. Weil hier ist irgendwo noch was. Geht es nicht. Äh, ja, wir müssen ja auch noch runter. Oh, ne. Geronimo! Oh, hoch. Kalibur. Ey, wo bist du jetzt? Alter, er läuft einmal weg von mir. Erwartet dich einmal. Frag dich mal, warum. Nein, du bist ein liebreizender Mensch. Hm, das hörst du. Ich hab dich nicht. Ach, hier ist der Schlüssel. Ich hab keine Dietrichen mehr. Wollen wir den aufknacken? Müssen wir ja. Wir haben ein relativ gutes Werkzeug, ne? Oh, da war Cash drinne. Cash is Clans. So, jetzt hier dann. Ähm, hier kriegen wir wieder mehr Besuch, glaube ich, ne? War das nicht so? Alter, leck mich doch am Arsch, war der schnell. Alter. Sie hat sich erstmal bei dem Mannequin da aufm, aufm, äh, Kopf gesetzt. Miniquin. Aber hier sind noch mehr. Das war's noch nicht. Ja, ich mach mal Krach. Ich lock die raus. Ich hab 10 Punkte reingeschaltet. Hä? Hier ist nur ein Buch drinne. Hast du das schon? Hm. Hier ist auch noch ne Kiste. Äh, ja, die müssen wir... Achso, die ich hier meinst du. Ja, ja. Wo? So. Hier sind nur noch, äh, Bolzen drin. Die kann ich aber nicht mitnehmen. Hab ich noch was zu söhlen? Boah, den guten Goldrutentäter, oder? Den geb ich mir mal hinter dem Binde. Hinters Gebinde. Meinen Magen hat man voll gehört, ey. Ich hab Durchfall. Äh, wieso nimmst du nicht die Spitzhacke? Warum? Die macht doch mehr Damage beim Metall. Nee. Ja, klar. Arschloch. Äh, da ist noch ne Mod drinne. Kann ich nicht mitnehmen. Leider. Ich auch nicht. Aber die haben wir. Äh, drinne bleiben haben wir erfüllt. Säubere, das Gebiet ist noch nicht fertig. Jaja, aber wir sind noch nicht fertig. Äh, hier ist noch Magnum-Munition, wenn du die einstecken kannst. Ich bin hab grad gesagt, nur voll. Hier. Hä? Ist auch noch ein Raum. Ach, ja. Stimmt. Hier müssen wir auch noch durch. Ja, mal. Ja, mal. Oh. Ja, reiß dich zusammen, Alter. Jum, ey. Ich bin voll am Sender, ey. Alter, sind voll ausrasten. Immer noch nicht geschafft hier. Nee. Äh, ich weiß nicht, ob ich das hier schon in den Taschen hab. Ja. Ich glaub, hier kommt auch noch ein großer Raum, ne? Ja, der hier. Naja, groß, also, äh, für den einen ist es groß, für den anderen, äh, eben nicht. Du hast nicht den Schlüssel genommen. Wo kommst du denn her? Du alter Ninja. Ich hab dich gar nicht mitgekriegt. Bin wir noch nicht fertig hier? Äh, hier sind auch noch Sachen, die kann ich nicht mitnehmen. Da muss Gammelfleisch her. Oh, Poppel. Hier waren wir schon. Hm. Oh, kannst du die Kamera abbauen? Wollte ich grad machen. Äh, hier sind auch noch... Ja, genau. Er geht nach unten, wenn ich zuschlage. Hier sind auch noch Kartoffelsamen drinne. Wo? Äh, hier in dem Müll. In dem Müll, 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 in den Müll. Bist du des Wahnsins? Ich hab gedacht, du bist ein Zombie. Aber wir brauchen noch irgendwo... Hm, säubere das Gebiet. Warte, ich hab nen Schlüssel. Ich habe ein Genereistil für die nächste. Hallo? Ja, hier waren wir noch nicht. Das ist kein Politist, ey. Hast du da eigentlich ein Komisches? Alter Schweder. Ey, die haben aber geschluckt, wa? So. Nö, kann ich auch nicht mitnehmen. Die ganzen Türen noch verschlossen, ne? Ja, hier sind wir nicht gewesen. Oh. Das ist eine Leiter. Wollen wir erst hier mal reingucken? Okay, hier ist Müll. Zeitschrift und Nägel. Hast du Nägel? Hast du Brot? Ne, ich habe keinen Nägel. Wo kommt er denn her? Von oben. Er war der Letzte. Au. Herzenisch, nehme ich Eisen mit. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch mal Jasmin's Quest auch erledigt. Äh, nö, nö, nö. Oh ja. Ah, hier. Mhm. Wee. Zurück zum Händler. Hol dir deine Questbelohnung ab, Jasmin. Hm, gleich. Digga, yo, digga, yeah. Ich pass schon mal hin, ne? Hm, hm, hm. Dä, dä, dä. Questbelohnung, die nehme ich jetzt mit. Kann ich noch irgendwas in mein Fahrrad schmeißen? Habe ich irgendwas mehrfach? Nö. Das hat es jetzt nicht rausgehauen. Sip, sip, sip. Wrecked Feeds. Open. Ich habe wieder keine Ausdauer, Jasmin. Diese Kurzatmigkeit macht mich fertig. Watch your bank. Oh, das ist ja... Oh, ich muss einmal zum Händler lösen. You need to clear up some inventory space before turning in this quest. Was kein Englisch, lass es. Äh, kann ich das denn hier verkaufen? Nee. Einfach nee. Aber ich hatte doch einen Slot frei gehabt. Nee, hast du nicht. Hatte ich echt nicht. Ja, was? Es sah aber so aus. Mein Spiel... Oh. Scheiße. Oh. Ah, geil. Ja, ich packe so lange schon mal das Loot raus, während du dich wieder verbindest, ne? Ah. Ich habe das Kabel drinne. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß... Also, heute, äh, finde ich, ist das Internet generell ganz schön... Mau. Kannst du mal was sagen? Hallo. Okay. Kann mich nicht mehr verbinden. Wie? Bist nicht drinne. Ich bin nicht zu finden? Ja. Du bist nicht hier drinne, wo du sonst immer bist. Äh. Weil ich... Ich radle mal eben nach Hause und dann, äh, müssen wir uns ausloggen und nochmal einloggen vielleicht. Na, ich finde, ich kann nicht draufgehen. Oder muss das Spiel neu starten? Ich starte mal neu. Aber das geht ja auch nicht. Weil ich kann ja... Ich kann ja komischerweise, äh, spielen. Also, ich habe ja kein Problem hier. Ja, aber ich finde dich ja nicht. Ja, deswegen sage ich ja, vielleicht ist das ja von, äh, deinem Spiel aus. Alter. Da-da-da-da-da-da-da-do. Da-da-da-da-da-da-da. Aber ich kommt nicht. Und langsam vor, Mann, ne? Nö. 0,0-Form. Rahmen-Form. Wahrscheinlich bin ich jetzt vom Ton ja auch weg, wahrscheinlich. Nö. Ton ist da. Hm. Konnte ziemlich vollständig lahmen Nicht bei Steam Angeln, aber im Offline-Modus Aha So, so, so Ja, ich kann ja in der Zeit Ich packe hier schon mal ein bisschen was weg So Ich muss erst mal gucken, wo wir hier was haben Nö, geht nicht Hm Das ist ja Merkwürdig Sag ich jetzt mal Ich sortiere noch einmal schnell hier die Sachen aus Äh, dann hab ich Kann ich mein Fahrrad noch schnell leer machen Ja, und ich bin jetzt wo dann in dem Spiel? Äh, da wo du aufgehört hast Da wo du rausgegangen bist Stehe ich jetzt mitten bei den Zombies Bist du nicht draußen? Ja, bei Traitor Jones gerade reingegangen Also Tür ist auf Ich bin genau zu sehen Hm, warum geht denn das nicht? Hm Nee, konntest dem nicht vollständig lahmen Musst du vielleicht Nicht bei Steam angemeldet oder im Offline-Modus Ja, start mal deinen Laptop neu Vielleicht ist es bei dir Internet Ist ja Internetzugriff, ist alles gut Ey, ja klar Sonst können wir ja gar nicht quatschen Entschuldigung Brauchst du gute Tipps, Jasmin? Frag mich nicht Hm, ja Das ist ein guter Tipp Dich nicht zu fragen Äh, ja Dann sollen die sich gleich einmal kurz wegwählen Ja, wieder nicht das, was ich haben wollte Oh Gott Ey, doch nicht Am Update liegt es auch nicht Ja, warte, warte, warte Wir gucken gleich mal Ich hab jetzt mal was geguckt Nach Updates suchen Aber sie sind auf dem neuesten Stand Jetzt haben wir noch Ähm Wo haben wir denn eigentlich die Robotik-Teile reingeschmissen? Hier So, das reicht noch nicht für Motorrad, leider Wow, wir haben jetzt erfolgreich viermal Säure So, dann hab ich alles soweit raus Ey, wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Das sieht aus, ey Ey, ich bin sofort bei dir Oh, nur ein Moment Oh Und jetzt geht's gut.